Am 1. Januar 2002 wurde in den Ländern der Europäischen Währungsunion der Euro als Bargeld eingeführt. Er feierte vor kurzem also seinen 20. Geburtstag, also lasst uns zu diesem Anlass mal eine Bilanz ziehen. Welche Auswirkungen hatte die Euro-Einführung genau? Ziele waren am Anfang relativ klar. Der Euro sollte den wirtschaftlichen Annäherungsprozess zwischen den verschiedenen europäischen Ländern fördern und so die europäische Integration beschleunigen. Außerdem hoffte man auf insgesamt stabilere wirtschaftliche Verhältnisse. Das Wirtschaftswachstum sollte gefördert und die Arbeitslosigkeit gesenkt werden. Nun stellt sich natürlich die Frage, inwieweit diese Ziele erreicht wurden. Bei der Arbeitslosigkeit lässt sich diese Frage relativ leicht beantworten. Sie ist nie unter 7,5% gerutscht. Die Arbeitslosigkeit hat sich in den Euro-Ländern schlechter entwickelt als in den EU-Ländern ohne Euro. Also zumindest hier liegt ein Totalversagen vor. Auch beim Wirtschaftswachstum schneidet die Eurozone zumindest in der letzten Dekade sehr schlecht ab, Es gibt kaum einen großen Wirtschaftsraum, der sich so schlecht von der globalen Finanzkrise 2008-2009 erholt hat, wie die Europäische Währungsunion. Auch die Angleichung der Lebensverhältnisse hat überhaupt nicht funktioniert. Wenn man sich die vier großen Euro-Länder Spanien, Frankreich, Italien und Deutschland ansieht, dann haben sich die Durchschnittslöhne nicht angenähert, sondern auseinanderentwickelt. Spanische und italienische Arbeitnehmer erreichten eine 20-jährige Stagnation. Der Euro hat diesen Ländern also anscheinend eher geschadet. Schlimmer sieht es bei der Arbeitslosigkeit aus. Vor allem Spanien scheint unter der Euro-Einführung gelitten zu haben. Einzig und allein Deutschland schien zu profitieren. Doch woran liegt das? Welche Konstruktionsfehler wurden bei der Einführung des Euros gemacht? Nun, schauen wir uns das jetzt mal an. Im Vertrag von Maastricht, der die rechtliche Grundlage der Europäischen Währungsunion bildet, finden sich viele, teils unsinnige Regelungen. Sogar absolut irrelevante Kennzahlen wie die Staatsschuldenquote werden reguliert. Doch um zwei Dinge müssen sich die Nationalstaaten seltsamerweise nicht kümmern. Die Entwicklung der Lohnstückkosten und die der Inflation. Wenn die Löhne in einem Land schwächer steigen als in den anderen, dann gewinnt dieses Land an Wettbewerbsfähigkeit. Gäbe es verschiedene Währungen, dann würde die Währung dieses Landes aufgrund der geringeren Inflation aufwerten und der Spuk wäre vorbei. Aber wir haben ja eine einheitliche Währungsunion. Das heißt, dieses Land hat dann Wettbewerbsvorteile, gegen die die anderen Länder nicht viel tun können. Außer auch ihre Löhne zu senken. Fragt ihr euch vielleicht, ob es wirklich ein Land gibt, das so asozial ist, dass es seine Wettbewerbssituation auf Kosten seiner Partner verbessert? Nun, Deutschland hat genau das gemacht. Systematisch auf Lohndumping gesetzt, um Leistungsbilanzüberschüsse zu erzielen. Das Lohndumping begann dabei schon unter Helmut Kohl. 1992-93 wirkten Bundesbank und Bundesregierung die Konjunktur in Deutschland durch eine restriktive Geld- und Fiskalpolitik ab. Doch damit war die Lohndisinflation noch nicht zu Ende. Die rot-grüne Regierung unter Gerhard Schröder führte tiefgreifende Reformen ein, die zu einer weiteren Stagnation der Reallöhne führten. Insgesamt stiegen sie 20 Jahre lang nicht. Das bedeutet einen riesigen Wettbewerbsvorteil von Deutschland gegenüber seinen Partnerländern. Man sieht sehr gut, wie in den ersten 10 Jahren der Existenz des Euros die Lohnstückkosten in Deutschland wesentlich schwächer steigen, als die von den anderen drei großen Euro-Ländern. Als Konsequenz daraus stieg der deutsche Leistungsbilanzüberschuss immer weiter an. Doch die Überschüsse des einen sind die Defizite des anderen. Die anderen drei großen Euro-Länder machten folglich höhere Leistungsbilanzdefizite. Finanzieren mussten sie das durch höhere Haushaltsdefizite. Und damit kommen wir gleich zum zweiten Punkt. In den Euro-Ländern ist es nämlich laut dem Vertrag von Maastricht verboten, mehr als 60% des Bruttoinlandsprodukts an Staatsschulden zu haben oder pro Jahr mehr als 3% Haushaltsdefizit zu haben. Man hatte die Eurozone wie die gesamte Welt ja auch noch mit der globalen Finanzkrise zu kämpfen. Und die südeuropäischen Länder hatten noch ein weiteres Problem. Sie mussten ihre Handelsbilanzdefizite gegenüber Deutschland finanzieren. Also brauchten sie höhere Haushaltsdefizite, die ihnen, wie gesagt, verboten waren. Südeuropäer probierten das, was Deutschland schon mit der Agenda 2010 gemacht hatte. Sie senkten die Löhne und sie reduzierten die Staatsausgaben. Wenn nur ein einziges Land wie Deutschland das versucht, dann funktioniert das. Aber alle Länder können keine Außenhandelsüberschüsse haben. Denn, wie gesagt, der Überschuss des einen ist das Defizit des anderen. Diese Politik funktionierte sogar teilweise. Der Leistungsbilanzüberschuss der Eurozone stieg auf 3% der Wirtschaftsleistung. Es ist nun aber so, dass wenn die Löhne sinken, dass die Leute dann auch weniger Geld zum Ausgeben haben und weniger konsumieren und dadurch die Einnahmen der Unternehmen sinken. Ihr wisst, all diese deflationären Effekte, die Lohnsenkung haben. Das Ergebnis dieser Lohnsenkungspolitik war also so offensichtlich wie erwartbar. Die Eurozone rutschte in eine Doppelrezession. Die Finanzkrise mündete fast übergangslos in der Eurokrise. Hier wird schon wieder klar, dass Lohnsenkungen kein geeignetes Mittel sind, um für Wirtschaftswachstum zu sorgen. Wenn ein Land wie Deutschland das macht, dann kann es funktionieren. Wenn alle Länder das versuchen, dann endet das in der Rezession. Zudem mangelt es den anderen großen Euroländern gar nicht an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Rest der Welt. Ihnen mangelt es nur an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Deutschland. Spanien und Italien haben jetzt sogar einen positiven Leistungsbilanzsaldo. Erkauft wurde dieser allerdings mit der katastrophalen Lohnentwicklung und der hohen Arbeitslosigkeit, die wir schon vorhin gesehen hatten. Die einzige Aufgabe einer Zentralbank ist es, das Zinsniveau zu kontrollieren. Und diese Aufgabe hat die EZB katastrophal verfehlt. Die wichtigsten Papiere auf dem Zinsmarkt sind Staatsanleihen. Staatsanleihen sollten kein Ausfallrisiko haben. Das bedeutet, eine Zentralbank sollte immer dafür sorgen, dass der Staat niemals pleite gehen kann. Das ist ihre wichtigste Aufgabe, damit die Zinsen nicht wild umherschwanken. Das ist auch eine Bedingung dafür, dass die Regierung in der Krise handlungsfähig bleibt und nicht von den Launen der Finanzmärkte abhängig ist. Das ist in der Eurokrise allerdings anders gelaufen. Große Hedgefonds hatten massive Shortwetten auf die Anleihen südeuropäischer Staaten abgeschlossen. Und wenn Anleihen in großem Stil leer verkauft werden, dann steigen logischerweise die Zinsen. Jetzt hätte die EZB ein riesiges Anleihekaufprogramm starten müssen. Doch das hat sie nicht getan. Griechenland beispielsweise hat die EZB sogar pleite gehen lassen. Diese katastrophale Fehlentscheidung fand unter der Regentschaft des EZB-Präsidenten Jean-Claude Trichet statt. Sein Nachfolger Mario Draghi hatte ein etwas glücklicheres Händchen. 2014 sorgte er mit einem großen COEG-Programm dafür, dass die Anleihen der verschiedenen Euro-Länder wieder konvergierten, also sich wieder annäherten. 2015 wurde in Griechenland allerdings eine Regierung an die Macht gewählt, die mit der Austeritätspolitik brechen wollte. Die Austeritätspolitik traf Griechenland auch vorher am schlimmsten. Die griechische Wirtschaft brach um knapp 30% ein. Das ist ein in Friedenszeiten einmaliger Einbruch. Die Wirtschaft dürfte auf Jahrzehnte unter den verheerenden Folgen dieser Deflationspolitik zu leiden haben. Es gab also für die griechische Regierung sehr gute Gründe, die Sparpolitik endlich zu beenden. Allerdings blockierten die europäischen Partner und allen voran Deutschland eine gemeinsame Lösung. Also ließ man die griechische Bevölkerung über die Fortführung der Austeritätspolitik abstimmen. Und 61,3% stimmten dagegen. Das griechische Volk hatte seinen Willen also ziemlich klar artikuliert. In einer demokratischen Wahl und in einer Volksabstimmung entschieden sich eine überwältigende Mehrheit der Wähler für ein Ende der Austeritätspolitik. Doch die europäischen Partner mauerten weiter und die EZB machte etwas sehr Erstaunliches. Sie stoppte den Kapitalverkehr zu den griechischen Banken, um die Regierung unter Druck zu setzen. Sie stellte sich also damit auf die Seite der Finanzspekulanten, die auf einen Untergang des Euros wetteten und auf die Sparfanatiker in Deutschland, die für diese Euro-Krise überhaupt erst verantwortlich waren. Hätte die EZB aus den Fehlern des Jahres 2012 gelernt, dann hätte sie Griechenland 2015, koste es was es wolle, finanziert. Doch offenbar waren der EZB in dieser Situation die Profite des internationalen Finanzkapitals wesentlich wichtiger als die Stabilität der Eurozone. Aus Fehlern wird anscheinend auch eine Währungsunion nicht klug, sondern nur arm. Es wäre allerdings vermessen, das Versagen der Europäischen Zentralbank an dieser Stelle auf Sonderinteressen oder die Inkompetenz der EZB-Führung zu schieben. Vielmehr ist das zögerliche Handeln unserer Notenbank nur ein Symptom für einen viel größeren Konstruktionsfehler innerhalb des Vertrages von Maastricht. Der EZB ist Staatsfinanzierung nämlich eigentlich verboten. Das bedeutet, sie darf zwar Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt kaufen, aber auf dem Primärmarkt darf sie nicht aktiv werden und auch die Staaten dürfen ihr das Konto, was sie bei der EZB haben, nicht überziehen. Die Staaten der Währungsunion werden somit ihrer monetären Souveränität beraubt und können theoretisch pleite gehen. Der Hintergedanke ist, dass die Staaten dadurch durch die Finanzmärkte diszipliniert würden. In der Realität gefährdet diese absolut dumme Regel aber nur den Bestand der Währungsunion und sorgt für wirtschaftliche Verwerfungen, die sich eigentlich sehr leicht vermeiden ließen. Die erste Reform, um die Konstruktionsfehler der Eurozone zu beheben, wäre also so einfach wie naheliegend. Wir müssten der EZB nur Staatsfinanzierung unbegrenzt erlauben, damit kein Staat in der Eurozone mehr pleite gehen könnte. Die zweite Reform wäre es, die Defizitgrenzen einfach durch Inflationsgrenzen zu ersetzen. Die einzelnen Nationalstaaten würden so nicht mehr ihre Staatsschulden kontrollieren, sondern nur die Inflation, damit es eben nicht zu Wettbewerbsverzerrungen durch Lohndumping kommt. Die weitreichendste und wichtigste Reform, die allerdings ansteht, ist eine Europäisierung der Fiskalpolitik. Wenn wir eine gemeinsame Währungsunion haben, dann brauchen wir auch eine einheitliche Fiskalpolitik. Die EU muss neue, riesige Investitionsfonds auflegen, sie muss eigene Steuern eintreiben, sie muss eigene Sozialsysteme aufbauen. All das wird viel Zeit in Anspruch nehmen und ich bezweifle auch, dass unsere aktuellen Politiker zu so etwas bereit sein werden. Die Corona-Schulden in Höhe von 750 Milliarden Euro, die die EU-Kommission aufgenommen hat, sind ein erster Schritt in die richtige Richtung und wir können nur hoffen, dass es so weitergeht. Das einzige, was zur Umsetzung dieser Reformen fehlt, ist der politische Wille. Keine Frage, der Euro hat viele Konstruktionsfehler und die Politiker haben in den letzten 20 Jahren sehr viele Fehler gemacht. Das alles ließe sich aber sehr leicht beheben, wenn der politische Wille da wäre. Das alles ließe sich aber sehr leicht beheben, wenn der politische Wille da wäre.